Heute gucken wir uns einmal wieder das Meta in Yu-Gi-Oh an. Nach der Wellenliste letzte Woche dachte ich mir, ich spreche nochmal über das Meta selber, weil so ein paar Dinge ganz spannend sind. Wenn ihr denkt, ich höre mich anders an wie sonst, ja, bin ein bisschen krank. Wir bringen trotzdem einmal in die Tierliste rein. Wir fangen an mit den Kategorien, wie sonst auch immer, Deck to Beat, Tier 1, Potential, Tier 2, Spielbar und Nicht Competitive. Wenn wir uns einmal jetzt die YCS und Dropen angucken, das Deck to Beat ist das Deck oder die Decks, die ich schlagen muss, um halt zu gewinnen. Tier 1 sind Decks, die sehr wahrscheinlich sehr viel toppen werden. Potential sind Decks, die halt auftretend werden, die die Möglichkeit haben, auch wirklich viel gespielt zu werden. Tier 2 sind solide Decks, mit denen man gewinnen kann. Spielbare Decks sind Decks, die man halt spielen kann. Und Nicht Competitive sind Decks, die ich halt nicht spielen würde auf solchen Events. Und wir starten mit Altergeist. Der neue Support ist gar nicht so schlecht. Ich würde Altergeist aber trotzdem in Nicht Competitive schieben, weil ich würde es nicht für ein Turnier spielen. Denn ich finde, wenn wir ein Trap-Tick spielen möchten, ist definitiv Labyrinth das bessere Deck. Auch wenn die Firsten-Kombo von Altergeist gar nicht so schlecht ist, ist das halt trotzdem kein gutes Deck, was ich picken würde. Dann haben wir einmal die Birds und die packe ich einmal in Potential. Jetzt fragt ihr euch, aber das Deck war halt immer scheiße und ja, zwei Dinge. Zum einen ist das gegen Unchained ein guter Counter und Unchained, wenn wir darüber sprechen, wird gar nicht so schlecht sein. Und das ist das einzige Deck neben Exorcister, was Shifter noch im Main Deck spielen kann. Und Shifter trifft extrem viele Decks im Format. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das Deck auf jeden Fall deutlich mehr auftritt, als wir das vielleicht vorher gedacht haben. Dann nehmen wir einmal Despier und Despier packen wir gut einmal in Tier 2 rein. Despier ist kein schlechtes Deck. Ich glaube aber, dass Gott und die Welt Ashbross im Main Deck spielen wird. Viele werden Droll spielen und D-Berry ist ein Thema, das viele spielen werden, weil Poly halt ein Deck ist. Deswegen glaube ich schon, dass wir Despier zwar sehen werden, dass es auch einigen spielen werden, weil es nicht teuer ist. Aber dass es im großen Ganzen halt kein Deck ist, wo man sich jetzt wirklich verfürchten muss. Dann haben wir einmal Dinos. Dinos kommt auch in nicht Competitive. Ich habe dazu leider nicht viel zu sagen. Das Deck selber ist halt nicht kacke. Man kann es halt spielen, aber es ist jetzt nicht so, was ich halt für ein Turnier mitnehmen würde. Dragon Link. Packe ich auch mal ein Potenzial rein. Sie haben natürlich jetzt ein paar Karten von Out of the Ballast. Mit Chaos Base auf eins und mit dem Magna Moon auf eins. Und das tut halt weh. Das Deck selber ist aber trotzdem immer noch ziemlich gut. Wir werden sehen, inwieweit das viele Leute spielen werden. Denn viele Leute, die das Deck spielen wollen würden, spielen wahrscheinlich die anderen Combo-Haufen. Und deshalb werden wir das vielleicht nicht so oft sehen. Da ein Dogmatiker ist nicht Competitive. Deswegen brauche ich euch nicht viel zu sagen. Pendulum ist tatsächlich wieder spielbar. Dadurch, dass Arise halt nicht mehr im Format ist, wenn wir diese ganzen Banished-Dinger nicht mehr haben, haben die nicht mehr die Möglichkeit, diese Pendel-Zonen zu lockieren. Also nicht mehr so viel zumindest. Und deshalb tut das Pendulum nicht mehr so weh, dagegen zu spielen. Dass sie gar nicht gemanished werden, ist trotzdem böse. Ich glaube schon, dass Pendel halt ein spielbares Deck ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Drytron. Dadurch, dass Arise halt nicht mehr da ist, ist halt nur gegen Shifter doof. Gegen Ash ist auch doof. Gegen Droll ist auch ein bisschen doof. Das heißt, es ist spielbar. Aber ich glaube, dass viele schon die Counter im Deck oder im Side-Deck haben. Und deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt ein extrem gutes Deck zu picken. Aber es ist auf jeden Fall spielbar. Dark World ist scary as hell. Aber es verliert auch gegen Droll und viele werden Droll als Siden. Und deshalb, ne, First Turn ziemlich krass, wenn du halt im ersten Game nichts hast. Aber das war es halt auch schon. Exorcist, da packe ich mal in spielbar rein. Das ist ein Deck, was man spielen kann. Wenn man Shifter spielen möchte, spielt halt die Birds. Mehr kann ich so nicht sagen. Edek Nister würde ich hier nicht Competitive schieben. Einfach aus dem Grund daraus, weil ich gehe jetzt mal wirklich von der Variante aus, die Edek Nister ist, die jetzt auf dem Tower-Monster endet. Die meisten werden irgendeine auf dem Tower-Monster haben. Weil Puri ist halt im Format. Deshalb ist ein Deck, was halt darauf aufbaut, einen Tower zu bauen, vielleicht nicht die beste Idee. Dann haben wir einmal Infernoble. Das packe ich auch mal in T2 rein. Das ist halt so ein Combo-Deck, wenn du First gehst und du gehst komplett durch, ohne Hand-Traps gewinnst du das Game. Und davon haben wir jetzt ein paar Decks im Format, die jetzt aber vielleicht nicht so krass sind, weil die davon doll gestoppt werden können. Aber das ist auf jeden Fall ein Deck, was ihr wissen müsst, dass es im Format auftaucht. Das ist kein schlechtes Deck. Kastierer. Ich packe es mal in Spieber hin. Denn man mag es nicht glauben, aber auch ohne Rise-Side ist das Deck spieber. Ob es jetzt irgendwie gibt, das Deck wirklich gut spieber zu machen, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich glaube schon, dass viele Leute das trotzdem spielen werden, weil es natürlich mit Megatins deutlich günstiger geworden ist. Und dann Labyrinth ist das erste T1-Deck. Ich weiß, irgendwie droppt das nicht so krass, aber ich glaube, dadurch, dass jetzt das Deck eigentlich gar nichts verloren hat, alle Purple-Karten sind auch live. Es kann Second spielen, es kann First spielen, es kann extrem eklige Karten siden. Ich glaube schon, dass es einen guten Shot hat, auch das Event zu gewinnen. Manadium packe ich genau wie Inf-Normal zu Tier 2. Da sind für mich sehr, sehr ähnliche Decks. Die machen zwar nicht das Gleiche, aber der Plan ist halt der Gleiche. Wenn du First gehst, gewinnst du halt mit dem Deck, und zwar Instant. Und wenn du halt nicht First gehst, hast du mit dem Deck halt Schwierigkeiten. Marincis ist spieber, I guess. Ist zwar ähnlich wie die Gnister, aber ich würde Marincis, glaube ich, als besser ansehen, weil die halt ein bisschen mehr machen können als nur das eine Taubomaster. Mefmeck packe ich mal zu Nicht-Competitive. Auch da habe ich das spielbar, aber die Konstanz ist halt nicht so krass. Mikanko kommt auch zu Nicht-Competitive. Ich denke, das brauche ich nicht erklären. Das ist halt ein Deck, das spielbar ist, aber jetzt nicht so krass performt. Plant, also das Rekka-Deck, packe ich für den T2. Ich sage jetzt immer wieder, es ist ein Deck, was man gut spielen kann. Ich sehe mich aber trotzdem vom Spiel so ein bisschen an die anderen beiden. Es ist halt kein schlechtes Deck. Kann man gut spielen. Planta auch, ist ein spielbares Deck. Das gleiche gilt auch für Punk. Ist spielbar, würde ich aber jetzt vielleicht nicht spielen, weil ich es mit anderen Decks. Dann haben wir einmal Puli. Da schiebe ich mal T1. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Puli kein schlechtes Deck ist, gerade mit dem Taubomaster, mit dem Kartenziehen-Ding. Ich glaube schon, dass das sehr viele Decks sehr überraschend wird. Rescue-Ace kommt für mich ein Potenzial rein. Dadurch, dass wir Arise halt nicht mehr haben, wird es auf jeden Fall besser. Das gleiche gilt übrigens auch für die Rooning-Varianten. Ich packe mal die beiden hier auch ein Potenzial rein. Das Problem ist, wenn wir jetzt im nächsten Romat nicht so viele Handtrips sehen werden, dann werden diese Decks auf jeden Fall besser. Da sind die nicht so gut. Wenn wir nicht so viele Handtrips sehen, dann werden die Decks auf jeden Fall ziemlich gut. Deswegen wird sich zeigen, ob sich hier das switcht oder ob das hier so bleibt, weil die beiden Rooning-Varianten sind auf jeden Fall ziemlich strong. Solomanguin packe ich mal eigentlich in den Spielbar rein. Der neue Support hat geholfen und Gazelle auf 3 ist natürlich auch hilfreich. Das Deck selber ist auch gar nicht so schlecht. Es macht nur nicht so viel. Und wenn du nicht so viel machst, First oder Second, hast du halt generell kein so krasses Matchup. Aber es ist natürlich immer noch ein Cyber-Stick, was Go Second halt relativ easy OTK an kann. Aber es spielt nicht so einfach durch Interruptions durch. Deswegen ist es halt kritisch. Super-RV kommt zunächst Spielbar. Sword Sword ist ein spielbares Deck, definitiv. Sprite kommt für mich auch zur Tier 2. Ich glaube, dass es tatsächlich dadurch, dass halt Kashira nicht mehr im Format ist, auf jeden Fall besser ist als vorher. Ich weiß nicht, ob ich es persönlich sogar selber auf der WC spielen würde, wenn ich teilnehmen würde im Vergleich zu den anderen Decks. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Striker kommt zu spielbar. Da denke ich, wollte ich nicht so sagen. Synchron hat mich komplett enttäuscht. Kann ich nicht viel zu sagen, aber das Deck hat mich wirklich komplett enttäuscht. Jetzt die letzten Monate, weil das hat halt wirklich nichts gemacht. Die Spielsüge packe ich mal hier. Einfach aus dem Grund heraus. Weil ich gar keinen Plan habe, ob jetzt dadurch, dass wir nur noch einen Magnum-Mut haben, keine Rise-Arne haben, ob das Deck wirklich wieder viable ist. Wir werden es sehen. Ich würde aber erwarten, dass das kommt. Trap Tricks, Spielbar. Bank of the Soul ist für mich ein Tier 2 Deck. Ist ein solides Deck auf jeden Fall. Camara gehört für mich auch in das Potential-Ding rein, weil es könnte halt wirklich legit hier oben sein. Aber es haben halt viele gespielt, weil die kein Pokémon auf Kashira hatten. Deswegen glaube ich nicht, dass das der Grund war, warum das Deck jetzt zu gut war, sondern weil die anderen an der Decks gepickt haben. Und dann Shane packe ich mal als Deck zu B. Denn im letzten Format haben es vieler als das beste Deck angesehen. Ich glaube nicht, dass es das beste Deck ist. Ich glaube tatsächlich, dass es extrem viele Counter-Defel gibt. Aber das Format ist halt extrem divers. Also je nachdem, was für Decks. Also ich glaube, jedes Deck, also fang hier unten hin, den Plan da auch, vielleicht mal so in die Richtung. Also jedes Deck, was hier ist, würde ich bei der YCS erwarten. Also ich glaube, dass jedes dieser Decks legit auftauchen kann. Klar, also ein paar Querläufe davon, aber ich glaube, dass jedes Deck hiervon wirklich auf der YCS auch auftreten kann. Das heißt, wenn ihr auf die YCS geht und ihr spielt, passt auf die Decks auf. Tut mir leid für euch, aber das ist leider, das ist mir da aktuell. Wenn ich noch ein Deck vergessen habe, schreibst du mir in die Kommentare. Ich schreibe euch dann mein Tier drunter, was ich denke, wo das aktuell sich einordnen wird. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.